Hallo! Also, es ist mittlerweile doch schon ein bisschen später geworden, es hat doch ein bisschen dauert, das mit dem Regen ist noch nicht ganz aufgegangen, aber ja, was soll man sagen, in Innsbruck sind Hagelböller runtergekommen, von der sind wir gut geschlafen, würde ich sagen. Ja, und jetzt würde ich sagen, trotz Regen alle aus dem Zelt, weil jetzt kommt unser legendes Metal-Klangfeuerwerk. Also, das Ganze spielt sich da dann ab und wird in wenigen Minuten starten. Direkt im Anschluss kommt die erste internationale Band vom heutigen Tag auf die Bühne. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, Sie haben erst vor einem halben Jahr Ihr neues Album veröffentlicht und nennen Ihren Sound selber Bubblegumrock, da sind wir schon gespannt. Man könnte auch sagen, es geht noch ein Twitter mit Powerpop-Punk aus Norwegen. Ja, aber jetzt wirklich uns aus dem Zelt, hören Sie uns da vorne. Hallo! Licht aus, Feuerwerk ab! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020